Wir haben euch gestern nicht mehr Tschüss gesagt, es waren noch ein paar Freunde bei uns zu Besuch, haben ein bisschen gechillt und so und ja, ich frühstücke gerade, habe Brezeln aufgebacken, es waren mal fünf, Kat dreht gerade ein Video in ihrem Zimmer. Was ist das denn offen, ey? Später gehen wir Sushi essen, weil wir so Bock haben und Lamia ist auch dabei, wir gehen glaube ich nur zu dritt, Sammy ist ja immer noch in Berlin und gleich drehe ich auch ein Video für meinen Kanal, muss mich noch fertig machen. Hallo, ich bin jetzt fertig mit Videos drehen und fange jetzt auch gleich mal an zu schneiden, weil mein letztes Video war auch schon vor vier Tagen oder so, aber ich hatte in letzter Zeit keine Zeit um, ähm, was? So was. Und ich hatte in letzter Zeit keine Zeit um Videos zu drehen, weil wir ja die ganze Zeit unterwegs waren und ähm, ähm, ha? So Leute, ich habe jetzt fertig beim Video gedreht, also Kat und ich haben jetzt bei dem Video heute gedreht. Und jetzt fahren wir zu Lamia und danach gehen wir nach Stuttgart in die Stadt, in die Innenstadt und ähm, essen was. Lamia hat schon voll Hunger und Kat und ich haben gerade ein Trauma erlebt oder wie man das nennt, weil wir wollten eigentlich, wir wollten zu unserem Auto laufen und da war da ein Typ, der offen, so offensichtlich nicht mal hinter einem Busch gestellt oder so. Also, er hat einfach so vor unseren Augen gepinkelt, einfach so. Und wir dachten uns so, okay, ähm, äh, ja. Was sollen wir jetzt sagen, ja. Das war etwas unangenehm, aber es gibt schon komische Leute. Ja. So, wir haben jetzt gerade die Poe abgeholt. Nein. Hallo, ähm, ich hätte eine Frage und zwar wollte ich gerne wissen, ob man bei Ihnen mit Karte zahlen kann. Ähm, wir gehen jetzt ins QQ und essen, weil ich hier voll Hunger habe. Ja. So, wir sind jetzt wieder im Sushi essen. Ja. Ja. So, Leute, so sieht es aus, wenn ich mein Sushi leer gegessen habe. Und so sieht es aus, wenn ich mein Sushi lebe. Ja. Oh, du gehst. Da ist so viel Reis. Ja. So ein Stück Lachse mit so viel Reis. Ah, zu viel. Ist immer noch. Ich kämpf, der Graf. Ja. So, wir sind jetzt gerade in der Bar. Ich weiß, ihr seht jetzt nicht viel und so, aber. Hey. Hallo Und wir haben die Chilien hier noch ein bisschen Spaß Okay, ich mach keine Miranda mehr Soll ich jedes Mal? Ich mach keine Miranda mehr, aber es ist so schwer Und Lamia ist die größte Miranda Miranda Stimmen nach Mecherin Einer 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 Meine Zähne sieht man Hallo Katze Hallo Katze Tschüss Tschüss Geh doch Komm Los geh doch bitch Geh Warte 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 Hallo Katze Komm hier sag mal Hallo Hallo Katze Hallo Ich bin jetzt gerade bei Lamia Lamia Und ich esse gerade noch die restlichen Kekse von Starbucks Oh, Schuhe ausziehen Soi Und jetzt chillen wir noch ein bisschen Wir chillen nämlich immer irgendwie Und der will nicht mehr Nein, aber wenn wir chillen, dann chillen wir richtig Ich weiß nicht Wie ist das so ein Shake Bei einem Shake Kannst du mir ein Käffle machen? Ja mal Ich hab Bock auf ein Käffle Hä? Du bist wie Donnie Und wieder da mal ein Käffle Jetzt hat mir Donnie hier die Casein-Shake-Dinger mitgebracht Danke Sonny So jetzt erst mal Wir müssen sich gemütlich machen und einrichten Hallo Ja gleich mal dort wo ich mein Haargummi Das ist mein Haargummi Ich brauch aber ein Haargummi Ich brauch aber ein Haargummi Du kannst hier selber ein Haargummi leihen von der Lamia Lamia Mein Haargummi ist zerstört, gell? Was hast du dir damit angestellt? Das sind Haargummi sind nicht da Wieso ist schon wieder ne Fliege da? Ich hab ne Fliegenplage Ich hab ne Fliegenplage Wurde Ich hab ne Fliegenplage Ich hab ne Fliegenplage Raus Wo bist du? Ja Du wirst raus nicht so Wieso leg die nicht einfach in die Richtung Einfach nur raus bitte Raus Wo ist die? Da Wo ist die? Da Wo? Liegt wieder rein Ah Nein Nein Dann bin ich raus. Wir gehen unten jetzt. Wir sind immer noch bei Lamia. Lamia. Lami. Und wir gehen jetzt auch bald, weil es ist schon voll spät und wir nerven sie bestimmt schon voll mit unserer Anwesenheit. Aber wir haben gerade Videos geguckt. Hallo. Miau. Miau. So süß. Alle am Handy. Voll die Kommunikations-Opfer. Die ganze Zeit am Handy. Magst du mich nicht mehr? Guck, wie sie sich so ekelt. Fass dich nicht an. Der Blick. Die nützt dich auch. Guck, guck. So eine Art, sie merkt schon so, ey, also so läuft das Spiel hier nicht. Jetzt dreht sie ja mal weg von mir. Wie sie so einfach... Nein, nein, nein. Sie spürt Unsicherheit bei dir deswegen. Hi, Mama. Hi, Mama. Hi, is your Mama. Hi. Hi. Mami. Mami. Hi. Hi, is your Mama. Hi. Sie denkt, du gibst dir jetzt das zu essen und sie guckt sie dich an. Krass, ey. Wie weich ihr Gesicht ist. Man will ja nicht einfach ihr Gesicht drücken. Mhm. Sie ist jetzt zu Hause angekommen und ähm, also wir sind schon etwas länger zu Hause. Ähm, und es ist schon 3 Uhr 15. Morgens. Voll blöd, weil eigentlich... Hätten wir schon längst schlafen sollen. Hätten wir schon längst schlafen sollen. Es sind 3 Uhr morgens, ich weiß, Kian. Ich äh, schreibe gerade ein bisschen Videos. So kurz. Zeig mir, was du drauf hast. So, dann sagen wir mal Tschüss und bis morgen. White. Wenig.